Ihr Korinthen-Kacker-Kritiker, kennt mich mal. Ich bring das auf eine Comic-Convention. Oh Mann, ist das voll hier. Zum Glück ist jeder frisch geduscht und gepflegt. Hallo Freunde, hier ist euer Lieblingsroboter aus dem Jahr 3000, Bender Rodriguez. Ich bin am 12. und 13. Oktober auf der Comic-Con Offenburg. Kommt vorbei, ich mache mein eigenes Panel mit Blackjack und Nutten. Wer nicht kommt, kann mich an meinem glänzenden Metall-Arsch lecken.